Willkommen zu dem neuen SimCity-Spiel, was schon vorab heiß diskutiert wurde, auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich bin selbst skeptisch. Dieser 20-Euro-Russchein war schon verdächtig, dass das Spiel nicht gut werden könnte, aber ich bin halt Fan von SimCity. Also schauen wir mal, wie es wird. Ihr seht auch schon hier oben links SimCity-Server abgestürzt. Also, der Staat verläuft sehr holprig. Ja, das ist das Neue. Man baut quasi nicht mehr eine Stadt, sondern man baut mehrere Städte in einer Region. Also, basteln wir mal so eine Region. Jetzt kann ich hier noch einen Regionsstandort auswählen. Ihr seht auch, die Dinger sind über verschiedene Sachen verbunden mit Schienen. Das sind diese weißen Linien in der Straße. Das sind die gelben. Außerdem gibt es hier noch ein Großprojekt. Ich habe noch keine Ahnung, was das sein soll. Hier seht ihr auch, die Städte haben hier Ressourcen. In dem Fall habe ich viel Wasser und viel Wind. Ja, das ist doch schon mal irgendwas. Kann nicht erstellt werden. Also, ihr seht, da funktioniert gar nichts. Versuchen wir es mal mit einer anderen Karte. Geht auch nicht. Ja, das ist ganz toll. Soviel zu dem neuen SubCity. Nichts funktioniert. Daten nicht verfügbar. Also, hier scheint echt noch gar nichts zu gehen. Also, seid vorgewarnt. Mal wieder wurde zumindest der Beginn eines Spiels verkackt. Ich versuche es ein paar Stunden nochmal. Und bis dahin, vielen Dank fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.